Alles muss enden. Auch die Drei-Städte-Rallye ist schon vorbei. Und wie war es für die besten drei? Also, Ruben, wir sind jetzt im Ziel. Er hat den dritten Platz gehabt. Alles gut. Gott sei Dank noch. Nach den vielen Schwierigkeiten, die wir gestern gehabt haben, ist der heutige Tag perfekt gelaufen. Und wir haben auch noch die zehn Strafsekunden, die wir gestern bekommen haben. Wegen zu spät in der Zeitkontrolle haben wir auch alles aufgeholt. Also ich bin glücklich. Und bist du zufrieden? Sehr, sehr zufrieden. Mit einem Porsche gegen die R5 hat man keine Chance mehr. Und deswegen bin ich zufrieden, schnellster Porsche zu sein. Dominik, zweiter Platz für euch. Bist du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Wir haben über die ganze Rally viel gelernt. Blöd mit den 30 Strafsekunden. Aber wir haben uns immer mehr steigern können, haben mehr Erfahrung im Auto bekommen. Und zum Schluss hat es richtig Spaß gemacht. Schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Also nächstes Jahr erster Platz. Ich hoffe. Wie war es der Rally für dich? Ich denke, besser kann es nicht laufen. Rally gewonnen. Deutsche Meisterschaftstitel gewonnen. Alles super soweit. Alles hundertprozentig. Alles perfekt. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank.